Der hat keine Angst, ne? Nein, Angst? Da hat er keine Angst. Ja, das ist ein Böckchen. Ja, das ist ein Böckchen. Ich habe den Böckchen. Es ist ein Böckchen. Das ist wirklich nett. Oh, du bist. Sie sind in der Zukunft? Ja. Tag jetzt. Tag jetzt. Jetzt ist es vorbei. Jetzt muss ich machen. Nein, du hast zum Glück Internet. Ich habe diesen Reporter reingelegt. Eigentlich bin ich ja nachtisch. Ich bin die ganze Zeit bei Sanina am Suchen. Ich kann den nicht so gut beschreiben. Ja, wenn du schon mal was hast. Vergesst doch mal. Ja, ach so. Die Ehrigen vergessen. Wir fahren los. Was läuft denn ausziehen einfach so? Ich hab vorher gespült. Ich hab doch gespült zuhause. Fahre so warm um halbwegs. Denk schon gut an mit ausziehen und so. Ich schnapp dich mal kurz an. Du findest sie sogar einfach. Wie ist der Tod uns scheidet, Junge. Ja, ja, ja. Du willst die Joghurt Idee. Du hast den Ausgaben. Dann haben die Ausgaben, dass wir uns überbleiben. Ja. Hast du das Ding, was du gemacht hast? Ja. Willst du noch zum Freitag zu? Lino. Let's go. Ja. Du kannst mir alle Bilder schicken. Kein Problem. Ja. Auch Video. Kannst du dir? Ich weiß, ich sehe schon. Aber seine Tochter? Ja. Sag ich. Sag ich. Sag ich. Sag ich. Sag ich. Bei denen ist das halt so. Aber jedes Jahr. Wir sind jedes Jahr weggefahren. Für die Versuchung. Klar. Man hat das auch verdient. Im Monat. Das muss was anderes sein. Was für 3-Hand gegen Hamburger. Ja. Und dann auch ein 1-1. Schalke für 1-0. Ein Werte. Ja. Hab ich ja Internet hier? Voll gut. Ja. Scheiße. Ich weiß nicht. Wer ist dein Letzter? Ich glaube, ich glaube, das ist... Was machst du da? Das ist gut. Das ist Schnee-TV. Ganz tief. Ganz tief. Hat sie uns verarscht, ne? Wir können uns einmal kurz alle saisonischen... Das ist gut. Das ist gut. Mach auf, mach auf. Ich lache. Ich lache. Ich lache. David! Ich lache. Ich lache. Ich lache. Ich lache.